ja entschuldigung entschuldigung ist passiert so was passiert hat wenn es unerwartet kommt ist es noch gemeiner für dich muss der typen macht es hier wieder da drüben ja alles mit der ruhe die ganze quatsch erst bei weil ich weiß was hier kommt bist du das war gut abklingt zeit ach so was sollte ich vielleicht sammeln wenn ich im kampf bin solche sachen wer vielleicht taktisch besser besser wie doch die spiele so gut ich habe ja was für euch badaboom 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 tempo extra leben klingt gut und das rest dass wir uns mal für die schweine warum ich kann da irgendwie was drücken kann das sein so wie soll ich den jetzt an diesen komischen scharfschütze rankommen wir da muss ich vom jahr tüder ja genau jetzt herrn schmerz jahr jetzt haben wir diesen bus aber mal so richtig darum so nicht zu spaß mit dem menschen wer ist er mit dem menschen ach so so 0 drauf oder ab dieser kommt das hockein haben hallo super assim wir haben einen später ist das Was? Da können wir uns noch eine Drohne holen, oder? Am besten wäre jetzt, glaube ich, eine Reparaturdrohne. Oh, shit. Huhu. Alles fit? Komm schon, geh da drauf, geh da drauf. Achso, dann gehst du zurück. Super. Ich habe mir echt weitergehalten. Alter. Mit Nahkampf gegen diesen Typ, ey. Das ist... Wow. Gut, sind wir wieder hier oben. Hoah. Guten Tag. Ich habe ja vorhin so ein Extraleben bekommen. Ich habe nämlich gerade oben auf die Lebensanzeige geguckt. Auf das Leben. Und dass da gar keiner abgezogen wurde. Komm, 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 komm. Ich bin hier. Ich bin hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach. Diese anderen Scheißtypen, ey. Auf die muss ich mir auch nach achten. Ja, das meine ich. Das ist dann halt wieder sehr, sehr schwierig. Ja, oben. Das zieht das Leben an. Das ist dann halt sehr, sehr schwierig, dann alleine zu zocken. Deswegen ist Coop auf jeden Fall ratsam. Es funktioniert auch ohne Coop, wie ihr seht. Aber es dauert halt erstens länger und zweitens... Ja, es kann natürlich... Alter. Jetzt machen wir mal einen ganz ruhigen Manfred. Ich wollte gerade eine schöne Angriffsdrohne kaufen. Den ganzen Scheiß habe ich mir schon geholt. Haben wir aber auch nicht viel... Ah, guck mal hier. Komm, ich steppe doch auch mal. Okay, den haben wir. Sau cool. Jetzt haben wir die Kleinen hier wieder. Ja, da hinten ist wieder der Nächste. Also der Zweite. Also ich bin schon mal weiter als an der Beta. An der Beta habe ich keinen von diesen Zweiten geschafft. Okay, der ballert. Kann mir noch irgendwas rumliegen, was ich vergessen habe, aufzusammeln? Lass uns ein klein wenig helfen. Oh, Credit. Wow. Das ist ja... Wow. So, okay, da oben ist er. Piff. Guten Tag. Wir werden definitiv noch mal verrecken. Ich glaube, wir holen die mal nochmal ab. Oh, ich habe doch mal ab, habe ich gesagt. Ja, das Schild regeneriert sich nämlich nochmal, Kinder. So habe ich mir das jetzt gerade gedacht. Was kommt da denn dann geflogen? Huah. Alter Schwede. Ah, guck mal hier, wir haben hier noch was. Und zwar das, das und vielleicht sogar noch das. So. Ui. Ui, ich bin voll langsam. Das ist ja toll. Komm. Komm hoch mit uns. Und wieder ein Level aufgestiegen, was uns jetzt gerade nichts bringt. Ey, du Sau, bleib unten. Boah. Ja. Ich habe ihn, ich habe ihn. Diese kleine Großfresser. So, was haben wir denn jetzt hier wieder? Profisauger. Genetik, sauber zusätzlich gesundheit. Ab wenn ein Gegner ins Geld schaden erleidet. Lebensraum. Na, das klingt doch gut. Wir machen mal. Das klingt zwar etwas weniger wie das andere, aber wir schlagen ja auch mehr. Okay. Cool. Cool. Echt cool. So, Piff. Wo geht es denn jetzt weiter hier? Ich will. Achso, hier oben haben wir ja. Ich habe das Radar vergessen. Echt? Ähm. Ah, guck mal. Guckt man da irgendwie rüber? Nee. Ähm. Oh, guck mal, da oben hängen Kredits. Äh, Kredits. Oh, na super. Wer hat mir meine Kredits da oben hingehangen? Ah. Hab's. Ähm. Wo müssen wir denn lang? Ach, die Dinger füllen sich wieder auf, oder was? Oh. Nee, doch nicht. Den habe ich bloß vergessen. Wo müssen wir denn hin? Wie gerade doof, oder? Moment, also hier geht's weiter. Ah, da geht's rein. Okay. Hab's gefunden. Oh, das sieht ja cool aus, ja. Stalaktiten. Okay, ich glaube, den Scheiß, den haben wir. Oder jüd, oder? Oder jüd? Oder jüd? Oder jüd? Jüd. So. Ich hätte mir vielleicht eine Drohne mitnehmen sollen. Ich wollte pfosten. Ich glaube, ich habe jetzt trotzdem den Scheiß, ja. Oh, ein Überschild. Die ganzen Splitters. Hallo, Kugel. Du magst mich nicht? Dann will ich dich auch nicht. Splitters, Splitters. So, guck mal hier nochmal. Weil hier oben gab's auch noch was. Ich bin nicht abgeneigt, alles mitzunehmen. Huch. Das ist sowieso alles, äh, ne? Punkte, Helix, Helix. Ein extra Leben, sehr gut. Oh, so, und das? Oh. Äh, I don't know. Credits, Tempo, Bungde. Bungde. So, Delle. Ja, wieder einen neuen Level Brutalock. Was brutale klingelt. Was lese ich denn? Erhöhlt Basisschaden der Kreuzklinge und wird doppelt die Länge der Schockwelle von Katalyschischem. Oder klingt das besser. So. Guten Tag. Und los geht's. Wuuuuh. Ja, sauntechnisch macht das Spiel auch was her. Gefällt mir. Oh, achso. Jetzt ging die Tür toblos auf. Ich dachte jetzt, ja. Wie geht's? Wie geht's dir so? Mir? Mir geht's, äh? Gut. Ja? Mir auch. Ich werde deine Freunde töten. Das ist aber ganz schön sicher damit, hm? So, Angriffsdrohne, Reparaturdrohne oder eine... Was ist denn eine Temporaldrohne? Was macht denn eine Temporaldrohne? Ach, die ist bestimmt für die Schilde zuständig, oder? Ach, wir machen Angriff. Ach, guck mal, ich kann noch mehr. Reparatur. Das ist doch alles wunderschön. Ach, jetzt hab ich das abgegeben. Äh, also man kann bloß eine Drohne mit sich... Hm, na gut. Ich werde deine Freunde töten. Hallo? Weitwürgen, erst mal gehen. Mir will mal in Angriff gehen. Hi. Es ist keine Schande, so zu enden. Hong. So. Komm doch nochmal hier hoch. Da muss ja irgendwas sein. Kann sein, dass ich hier hochrennen kann und... Ach so, Drohne. Und Splitter. Die Splitter. So, Freunde. Ja. Oh, Scharfschützer. Alter Schwede. Hojo. Hä? Ja. Pack dich doch irgendwo fest. Wir können den Kontrollpunkt nicht aus der Ferne ausschalten. Zerstört die Splitter. Es war mir ein Vergnügen. Nein, das ist ein Penner da oben. Ich kann das hinschießen. Ich habe so ein Nahkampf... Oh. Hau denn da wieder. Tolle Sache. Leute, jetzt geht es... Gedöns... Hey, hallo! Ja komm, du brauchst hier mal... Alter, der war in mir. Beziehungsweise ich in ihm Aua, 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 Aua Ich gehe wieder auf die Fresse hier Wieso haben die denn Ach, das liegt an der Drohne, oder? Ne, doch, die haben auch eine Drohne Ich muss erst die Drohne zerstören Ich bin gleich tot Scheiße Ich warte mal ganz kurz Hm, da oben die Scharfschützen sind nervig Drohne, hallo Drohne Es geht los Ja, ich will die Drohne haben Ich bin tot Ich glaube ohne zu sterben geht sie einfach nicht Hm, halt, klar So ist nochmal eine Angriffstrohne mit Hm, da Ab geht der Peter Los geht's Alter, die Scharfschützen Ist das so ein riesen fettes Vieh Alter, ich bin grad tot Ich bin, hallo Ich kann nichts machen Ja, ja Ja, guck mal Boah, okay Okay, das ist dann wieder Solche Situationen sind dann definitiv mit der Maus wieder schöner zu machen Boah, explodiert Ich krieg's nochmal ab Gerade dieses Einsammeln von den Von den Buttons ist schon Ja, komm doch Ach, das stellt sich wieder hin Mein Gott Was ist denn los Irgendwas Irgendwas Kriegt mich immer wieder zum Bewusstlosigkeit Was Hallo Oh, ich hab Gehoch hab ich doch Komisch da Das ist jetzt aus Zack So, okay Wir sollten vielleicht nicht gleich den Dicken angreifen Ich glaube, wir sollten erst mal Aushalt so schmerzhaft Okay Der Dicke ist hier Das ist gut Hallo Ich bin verlangsamt Oh, cool Einen wunderschönen guten Tag Jetzt kommt hier drei Drecksscheiß Scharfschütze Erstmal dran Okay Was war das? War das meine Drohne? Okay Und Und Ich kann was mal die Scharfschütze weg Ja, die Drecksäcke Sehr schön Also ich muss sagen Ein kleines bisschen feiere ich schon das Spiel Das macht schon Spaß Nein, nicht da hoch Das macht schon echt Spaß Aber wie gesagt Willst du mich jetzt hier verarschen? In der Gruppe macht das bestimmt noch mal Noch mehr mehr Gaudi So Haben wir denn hier Noch einen Splitter Oh, guten Tag Oh, dieses fette Ding, ey Wahnsinn 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 Das ist schön Ähm Warte mal Wo bin ich denn? Da Orientierungsfehler So Los geht's Hier kommen noch Gegner Ist ja noch das Dicke, oder? Ich hab hier schon gut weggeschnetzelt Ja Ja, pass mal auf, mein Freund, ne? Jetzt wird mal hier Hier rumgeheult Und mal versucht, ein bisschen zu sterben Der hat mir jetzt später mein Schild nur mal gemacht Diese Sau Bapp Und dann haben wir den Ding Jetzt haben wir hier natürlich noch diese Schilde Die müssen wir, glaube ich, auch noch kaputt machen, ne? Oh, Entschuldigung Das war jetzt natürlich, äh Ja, eine Benachrichtigung von Windows 10 an mich Ihr dürft das jetzt zumindest Ihr dürft das eigentlich gehört haben, denke ich mal Dieses Dütelüdüm, oder nicht? Habt ihr das jetzt gehört? Das war auf jeden Fall ein lautes Dütelüdüm Wenn das jetzt nicht gehört hat, war dieser War meine Entschuldigung eben Doof So So, was haben wir denn hier noch? Ja, wir haben noch ein bisschen was Zum Einsammeln Und kaputt, Mann Ich war doch schon wieder beschossen, oder? Ah, da oben muss ich hin Okay Okay Ach, hier haben wir noch Splitter Die holen wir uns noch Flipp, 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 flipp Alter Was macht die Drohne? Wo schießt die hin? Wo ist die? Die schießt auf jeden Fall irgendwo hin Oder? Hm Bestimmt da oben drauf Bestimmt da oben drauf Äh Yay Okay Ja jetzt, wenn ich weggucke, schießt du wieder, du Vieh Boah, krass Der Arm da oben Boah-